Ja, willkommen liebe Freunde. Sekunde. Ja, und ähm, Moment, wir haben heute, ja und ähm, außerdem, Sekunde, ja und damit eigentlich ein herzliches Willkommen zu einem Nikolaus Ausgabe der Way2Christmas Folge. Euer Party Party Hul ist wieder zurück und wir haben heute Nikolaus und wir sagen mal, den zweiten Advent zählt, die zweite Kerze brennt. Ich habe mich wieder einem Diskettenmagazin gewidmet und heute der Digital Talk Ausgabe Nummer 4. Ich hoffe, es wird euch einigermaßen Spaß machen und auch wieder habe ich Kommentare rausgesucht. Diesmal sind es wieder ein paar Blätter mehr und die möchte ich euch mal vorlesen. Und zwar zum 3. Dezember. Möchte ich euch vorlesen vom lieben Zeitmeier. Der schreibt, kann mich den Vorrednern nur anschließen. Toll umgesetztes Format. Gewissermaßen, lol. Da muss ich so lachen. Übrigens, der VT20, VT20, hatte die erste Generation von Grafikchips VT. Also den VT1 gewissermaßen. Das war bei ihm. Das ist die Grafik und der Ton in einem. Die 20 in VT20 kommt von den 20 Kilobatt Robben her. Der Grafikchip des C64 ist die zweite Generation, der VIZ2. Und definitiv der Bezel Grafikchip. Nur ohne Ton. Der Ton macht dort natürlich der berühmte SIT. Gewissermaßen der DJ-SIT. Wir haben das gewissermaßen konfirmiert. Der DJ-SIT. Wir haben also jetzt einiges wieder gelernt über den VT20. Wer mich der C64 interessiert, nur interessiert, wie ich eigentlich weiß, dass der C64 in der C64 für 64 Kilobyte Raum steht. Ja. Macht es hier natürlich umso mehr Spaß. Dann haben wir hier wieder einen ennenlangen Brief vom lieben Sand, dem Tragen-Sand. Und da möchte ich noch ganz kurz mich einfügen. Da hast du wieder eine tolle Folge hin gezaubert. Vielen Dank für diese Mühe. Ich will gar nicht den Zeitaufwand wissen mit dem Schneiden und all dem anderen. An die Spieler erinnere ich mich auch noch sehr gut. Ich glaube, du konntest bei allem bei dem Spielen den Feuerknopf gedrückt und dauerhaft zu schießen. Und bei dem Spiel, was Vigoridium ist, da war das, glaube ich, so, wenn man den Feuerknopf gedrückt hält und hoch und runter drückt, landet man. Oder viel tiefer oder steigt in die Höhe. Man muss alles auf dem Boden einsammeln. Patience ist nicht so mein Ding gewesen. Habe ich wirklich nie gespielt. Ja, solitär ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und ich würde jetzt glatt behaupten, wir machen uns jetzt nach den ersten fünf Minuten bei uns. Also wir haben noch nicht ganz die fünf Minuten erreicht. Aber in den ersten fünf Minuten habe ich jetzt hier ein paar Kommentare vorgelesen. Und da die Discount-Magazine umfangreicher werden, würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Digital Talk Ausgabe Nr. 4. Viel Spaß. Ja, und damit willkommen zur Digital Talk Ausgabe Nr. 4. Ja, nach den ganzen Magic Disco Game On Ausgaben haben wir uns jetzt eine richtig schöne neue Discount-Magazin ausgetreten. Und zwar die Digital Talk Weihnachts-Ausgabe Nr. 4. Dann schauen wir uns das Vorwort mal an. Herzlich, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von der Digital Talk. Wieder haben wir es zusammen geschafft, eine super Ausgabe auf die Beine zu stellen. Ja, wir hatten das ja, die Nr. 4, glaube ich, schon mal präsentiert in den World of Disc-Magazin. Aber diese hier kam im Dezember raus. Und zwar 1993. Ja, sorry, all jene Redaktionsschluss 19. November 1993 nicht mehr geschafft haben. Ich verstehe nur nicht, warum die meisten Texte immer am letzten möglichsten Termin kommen. Das ist normal. Immer so lange wie möglich aushalten. Ja. Corners. Musikmag, Law & Order. Amiga Reports. Ja. Gehen wir mal in das Impressum, wer damals alles für die Digital Talk veransch... veransch... anschwortlich... anschwortlich war. Der Digital Talk ist ein Disketten-Magazin von und für Leser. Jeder Text ist mit den Namen unter Pseudonyms gekennzeichnet. Deshalb ist diese Person auch für dessen Inhalt verantwortlich. Ja. Der Computer flummert auf Diskette ohne Zensur. Texte mit der Digital... mit dem Digital... mit dem Digital Talk Editor erfasst. Wer das Teil hat, kann mir also den entsprechenden Text-Files zuschicken. Für 5 Mark! So, was haben wir denn noch so Schönes? Ähm... Ja. Maglider Little John. Code Design Dr. Zoom. Die Graphics waren von Pioneer, Seba, Dr. Zoom, Little John und Dragon. Dann die Autoren-Corner des Little... oder Autoren der Corners war gewesen. Little John, Dr. Zoom, Kinley, Cool Coder, Chrissy, Dante, Banana Jones, Dragan, Third und Pioneer. Und viele andere mehr. Ja, da haben wir hier noch ein paar Autoren der Programme. Dr. Zoom, Kinley, Dante, Malek, Tecmo, Ford Perfect, Ulbricht Software. Hat aber nichts mit mir zu tun. Ich heiße zwar auch Ulbricht mit Nachnamen, aber das hat nichts mit mir zu tun. Pioneer und andere. Ja. Damals war es noch der Matthias, äh, Matting und der Matthias Klein. Also zweimal Matze. So, Dr. Zooms... Boah. Boah, hier ist wieder Dr. Zoom mit einigen Messages zu dieser Ausgabe. Nach knapp 28-stündiger Arbeit ist nun auch diese Ausgabe 4 komplett erstellt. Viele der kleinen Bugs und der dritten Ausgabe sind nun behoben. Und ich habe sogar eine weitere Sonderfunktion eingebaut im neuer Bug. Alles in allem füllt das Magazin sage und schreibe 563 Blocks auf die Skater. Und ist mit Abstand das umfangreichste Magazin seit der ersten Ausgabe. Ja. Okay. Gut. Wir lesen auch wieder da nicht alles vor. Ihr kennt das. Wie ich dann drauf, äh, abgehen. Dam, 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 dam. War nur fröhliche Weihnachtszeit. Ja. Digital Talk. Mr. X left the C64 event over the Amiga. Was? Der verlasten C64. Ich schreibe bereits. Danke all den Leuten, die das Gerücht mit, äh, Pac und Mac, äh, ist, äh, nicht von Mr. X, sondern losgelassen haben. Was? Wir sind wieder einmal gute Kumpel. Einen guten Kumpel los. Okay. Zwei Minute in letzter Minute. Ach so. Ja. Camelot X-Mass Party am 27 bis 29.12. 1993. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja erst den Viertel, den Sechsten. Ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Techno droppt alle, fast alle Swopper Contacts. Okay. TMMB is dead. Okay. Okay. Ja, äh, C64 Treffen zwischen Weihnachten und einem Treffen in Dänemark. Und Fragezeichen, ein Treffen in Dänemark, an Silvester und Berlin. Wer wird hin? Keine Ahnung, ich nicht, ich hab keine Zeit für sowas. So, Test, Test, Test. Soundcheck, Test 2, 3, 4. Willkommen im neuen Test Corner. Entschuldigung, ich hab grad noch was geguckt, weil heute, genau heute, jetzt wo ich das aufnehme, es ist zwar das sechste, wo ihr es seht, aber heute ist das fünfte, wo ich es aufnehme. Und heute soll eigentlich mein Enkelkind auf die Welt kommen. Deshalb guck ich ab und zu mit uns aufs Handy und ich bitte um Entschuldigung. Eigentlich wollte ich in der Digital Talk ja nur Spiele testen, die noch nicht in der 64er getestet wurden. Aber die unmögliche Erscheinungsweise der DT macht das unmöglich. Außerdem ist es zunehmend schwieriger, neue Games aufzutreiben. Ja, dann geht ihr bitte aber auf itch.io oder ihr geht direkt nach Psytronic.net. Entschuldigung, verschluckt. Ähm, ja. Niesmal also Trolls aus dem Haus ist Flair-Software. Okay. In England gibt es drei Welten. Alles klar. Das Spiel ist ein Jump'n'Run, erster Kajüte. Die Warnung aus der Frauen-Government hier warning, this game is addictive. Ist allerdings etwas übertrieben. Oh ja, kann sein. Die Gegner sieht man dadurch öfft, erst nachdem sie eingesprungen sind. Und alles klar. Spielauschnitt 36 mal 16 Schatz. Gut, das ist wieder etwas, was der Onkel Party nie versteht. Aber da, hier. Grafik 72 Prozent. Schon mal ganz nice. Auch wenn die Musik und der Sound nicht so besonders toll ist. So, dann gehen wir mal unter die Charts. Indem ich in den letzten Ausgaben über die Ausbeute der Vote-Cheats recht enttäuscht war, kann ich in dieser Ausgabe endlich ein paar vernünftige Ergebnisse dienen. Insgesamt 22 Vote-Cheats sind bis zum 19. November um 17.56 Uhr in 38 Sekunden eingegangen. In der nächsten Seite stehen die Namen all jener, die ein Vote-Cheats ausgefüllt haben. The Wizard of Oz, Tech, Moon & Snooze, Mr. Freeze, Professor Megabyte, Math, Schmunzel, Schnurzel, Entschuldigung, Schnurzel, MG Trance, Kinley, Gonzo, Dancing Homer, Wodan, Crash, Syntax, Pioneer, Tom 007, Math, Clash, CCC, Commander Bond, Malik, Efernal, Eferl und Little John. Bei mehreren eingelangten Charts von gleichnamigen Personen, wie zum Beispiel Tecmo, habe ich von dem Datum Älteren ausgewertet. Beste Commerz Games, PD, Game, Tool und Dings, alles klar, fünf Anträge möglich. Okay, ich habe das nicht so ganz verstanden. Aber, wie gesagt, ihr solltet euch das selber da angucken. Design. Die Programmierer-Ecke. Basic Einsteigerkurs. Was für ein Onkel Patrick? Der eh nix rafft. Der neue Einsteigerkurs. Tag, Leute. Keine Angst, wenn ihr beim Kurs irgendwas nicht versteht. Ich habe den Anfang schon, ich habe schon die neue Einsteigerkurs nicht verstanden. Was ist das? Entweder im CF, also Computerflohmarkt, hier im Digital Talk oder schreibt einen kurzen Brief direkt an mich. Nummer 5 lebt oder brauche Inputs. Für den Befehl Input gibt es tausendfache Anwendungsmöglichkeiten. Folgende kurze Programm sollen das Beispiel gehen. 10 Input gibt einen Namen ein, Name, Dollarzeichen. 20 Print, Name, Dollarzeichen ist doof. Startet man das Programm mit Run, erscheint auf dem Bildschirm der Text, gib einen Namen ein und dann noch ein Fragezeichen. Gib mal Ralf B. ein. Sofort, zack, gibt der Computer, Ralf B. ist doof aus. Ich versuche das noch zu verstehen mit diesem Input. Also Input ist ja das, dann Input und Name, Dollarzeichen ist ja, nee, das verstehe ich jetzt nicht. Hier steht Input und dann Anführungszeichen oben, gib einen Namen ein, Anführungszeichen oben. Jetzt weiß ich, dass er diesen Satz, gib einen Namen ein, ausgibt. Das dann nachher steht, gib deinen Namen ein. Oben steht ein Name, unten steht ein Name. Also wurde da, ne? Alles klar. Und dann ein Fragezeichen. Das Fragezeichen ist, soweit ich aber weiß, das Resultat eines Inputs und hinter dem Fragezeichen ist gewissermaßen Namen, Dollarzeichen. Das heißt, Namen, Dollarzeichen, wenn ich es richtig verstanden habe, wird als Platzhalter genommen für den Namen. Und wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, bitte korrigiert mich, weil ich bin da echt blöd drin. Name, Dollarzeichen bedeutet, dass man Buchstaben von A bis Z benutzen kann. Irgendwas warten. Okay. Der Inputbefehl ermöglicht es, über die Tastatureingaben zu vollziehen. Diese müssen mit Return abgeschlossen werden. Syntax, Input, A, Dollarzeichen. Legt einen eingegebenen Text der Variable, A, Dollarzeichen, ab. Input Name eingeben, A, Dollarzeichen, schreibt zuerst den eingeschlossenen Text auf dem Bildschirm und legt die Eingabe in A, Dollarzeichen, ab. Soweit habe ich es verstanden. So. Zu beachten ist, dass, wenn zuerst noch ein Kommentar ausgegeben werden soll, die gewünschte Variable mit einem... Wie heißt das Ding? Da gibt es einen Namen. Ich glaube, es ist ziemlich cool oder so. Ich glaube, ich heiße das A. Korrigiert mich bitte, wie das richtig heißt, dieses Ding. Angehangen werden muss. Leider weiß ich jetzt nicht, ob jemand mit dem Kurs überhaupt etwas anfangen kann. Also, ich kann gerade nichts damit anfangen, weil ich bin schon ab zu beachten raus. Ähm, schreibt also, wenn ihr etwas nicht versteht. Ich verstehe alles nicht. Ja, der liebe Ford Perfect. Also, wir haben jetzt über Input was gelernt. Schon sehr gut. So, Assembler, Einsteigerkurs. Jetzt will ich wissen, ob Assembler auch beim ersten Punkt ist. Weil das ist nämlich was für den Onkel Patrick jetzt hier. Wie von Greenhorn in CF 9 10 93 gefordert, gibt es ab heute die Rubrik für die gestressten Einsteiger. Ich weiß nicht, was ein Greenhorn ist. Hahaha. In der letzten Aufgabe der CF wurde schon jede Menge Effekte und Abkürzungen erklärt. Wenn man trotzdem noch etwas nicht ganz klar sein sollte, schreibt dann das die Digital Talk. Aber nur Anfänger. Programmierhilfen gibt es nicht. Und Profis, die schon alle Tricks und Kniffe kennen, haben hier nichts verloren. Gut. Zum Inhalt dieser Folge. Im CF 7 8 93 gab es eine Frage von Ninja. Zum ersten Part von European Community. Der Gruppe Tuff. Für alle, die das Dämonisch kennen, habe ich diesen Part an Little John geschickt. Wenn Königin Platz auf der zweiten Seite ein Disk sein sollte, findet ihr den Part dort unter dem Namen Dänemark. Dänemark. Das sind Parken, dauert etwas. Und da bin ich schon wieder raus. So. Anleitung. Sind das jetzt Anleitungen zu spielen oder Programme, die auf der Diskette drauf sind? Auf der Rückseite dieser Diskette haben wir einige Programme kopiert. Damit auch in der nächsten Ausgabe dieser kostenlose Service an unserer Leser beibehalten werden kann, suchen wir ständig nach Programmen. Direktwahl mit F5. Zergon, Rescue, Italio, Curse Editor, Highscore Maker, Space Dead und DT-Converter. Also. Ich werde mich auch da wieder nur um die Spiele kümmern. Das ist ein Game. Rescue, Rettets, alles klar, ist auch ein Game. Das Programm Italio-Tutor, da ist ja ganz einfach zu bedienen. Computer-Einsteiger, ihr findet ein Italisch-Programm, was? Ein Italienisch-Programm von Munik. Ich drückseite diese Kette. Alles klar. Maffin-Programm bereutete Fragen gestellt, die man mit Nein oder Ja beantworten muss. Äh, klar. Allgemeine Hinweise, Aussprachregeln. Ah, Italienisch-Kurs gibt's auch noch. Sehr geil. Alles klar. Ähm. Wie hat euch das Programm gefallen? A, B, gut, schlecht, äh, ja. Das sind Umfragen. Curse Editor ist auch wieder ein Programm. An alle Spieler auf der Rückseite der Digital Talk müsst ihr eigentlich Programme finden, die mit HSM beginnen. Sie dienen dazu, die Highscore des nach dem Bindestrich gegebenen Spiels zu editieren. Ah, alles klar. Morgan von Ulb... Morgan von Ulbricht. Software. Ich muss mal gucken nach Ulbricht-Software, Alter. Mein Name, wenn der da fällt, Alter, dann hab ich ein bisschen Bange. Space Darts. Äh, das ist auch wieder ein Programm, ne? DT-Converter, alles klar. So, ich bin grad mal am gucken. Nein, meine Tochter hat noch nicht geschrieben. Steckbriefe, Interview. Steckbriefe, Diverse. Die grausame Dr. Zoom-Story. Ja, frei ab 18 werde ich natürlich nicht zu der Weihnachtszeit machen, das könnt ihr vergessen. Also, nee. Wir gucken mal ganz kurz in die Steckbriefe, Diverse. Und dann haben wir auch wieder eine gewisse Zeit abgefrühstückt, wo ich sagen muss, ja. Das war dann die Digital Talk. Wanted, Dead or Alive. Und andere Steckbriefe. Wie in der letzten Ausgabe von Digital Talk versprochen, gibt es auch dieses Mal wieder ein paar Outings. Wen haben wir denn da? Ted. Wild. Styli... 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 Ja, habt ihr so gewollt? Ah, alles klar. Dann haben wir noch wen. Was, Beck Yertrud? Ist das die Mama? Okay. Bill. Geboren wurde ich am 14.07.1975. Zwei Jahre älter als ich. Ah, alles klar. Little John. Ja, ich bin älter als Little John. Ein Monat älter. Mann. Haha. So. Also, er hat auf mich zu hören. So. Jetzt hab ich's. Hahaha. Also, als er auf die Welt kam, war Elvis schon tot. Na, als ich auf die Welt kam, hat Elvis noch gelebt. Ja. Wenn ihr die Speck... Die Speck. Die Speck. Wenn ihr die Speckbriefe oder die grausame Doktor-Zoom-Story hören wollt und lesen wollt, besorgt euch bitte die Digital Talk 04. Jetzt wird nicht weiter gelesen, denn ihr sollt euch ja die Digital Talk besorgen. Sucht runterzuladen bei digitaltalk64.de. Und jetzt geht es wieder weiter mit dem anderen Programm. Ja, die Digital Talk, das war schon das Captain Magazine schon damals gewesen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommen wir an den 4. Dezember und da haben sich auch einige daran ausgelassen. Und wieder der Schreiber himself sang und trage sang. Der schreibt's. Also wir schreiben hier erstmal am 4. Dezember von Demitomaniac auch da wieder kurz viel raus. Curse of the Key macht einen echt guten Eindruck und auch wenn es stark an der Ultima-Reihe inspiriert zu sein scheint. Ja, das ist ein Rollenspiel, wo ich weiß von vielen Screenshots von anderen Spielen her, dass einige Spiele so gespielt wurden sind. Und es hat auch alleine, obwohl ich zu zweit spielen sollte, hat es auch alleine sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hätte am liebsten weitergespielt, was am liebsten dann richtig durchgespielt. Ich habe es mal privat immer ein bisschen gespielt und bin dann an so zwei, drei Sachen hängen geblieben. Wo ich sage, da knubbelt man sich ein bisschen die Finger aus. Aber macht trotzdem sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Curse of the Key, können wir natürlich auf der C64 Games sein, auch runterladen. 10.165.de, können wir mal draufgeben. Dann haben wir vom lieben Crowdgeheim geschrieben. Ganz ehrlich, diese Videoreihe gefällt mir so gut, dass da kannst du mit der Frühlingsausgabe der Magazine zu Ostern als Way2Easter gleich nochmal wiederholen, würde ich mir glatt angucken. Ja, da ich ehrlich gesagt, am Anfang wusste, wie viel Arbeit das hier ist, ja, würde ich sagen, nee, das mache ich kein zweites und kein drittes Mal. Das kann man vergessen. Also wenden, dann wird es in einer anderen Form wieder gemacht und dann auch wieder zum Weihnachten. Aber ich will auch irgendwann nochmal ein Privatgeheben haben und das soll ja eigentlich nur Hobby sein. Natürlich nur, solange dir das Spaß macht. Wenn abends Feierabend, wenn abends Feierabend mache, denke ich mir auch meist, ah cool, jetzt Abendbrot, dann Türchenmäsion und ab ins Bett. Also benutzt man auch als kleines Sandmännchen, was ich ganz dufte finde. So, die Kommentare von dem Sandvertrag, der mir auch wieder einen halben Roman geschrieben hat, da würde ich sagen, würden wir uns nächstes Mal, also beim Schluss drum kümmern. Und ja, dass ihr so viel schreibt, das finde ich super. Ich finde das klasse, da habe ich auch viel zum Vorlesen. Und wenn jetzt einige sich dieses Video angucken, wie es zum Beispiel am 6. Dezember, dann sagen wir es mal auf. Ich habe da schon am 5. Dezember geschrieben und ich habe am 5. Dezember noch Kommentare gesehen und so weiter. Die Kommentare, die ich hier aussuche, sind zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video mache, natürlich gerade aktuell auf meiner Seite unter meinen Videos zu finden. Ich schaue natürlich oft, dass ich keine doppelten und dreifachen Kommentare bekomme, was nicht recht ist, aber ich versuche es auch zu mir bestätigen. Seht es mir bitte nach. Ich habe auch gestern schon da gestanden und habe gesagt, Alter, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das ist, dann hätte ich nie gesagt, dass ich das mache, weil das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Aber es macht im Endeffekt irgendwo ein bisschen Spaß. Ich bin zwar am Ende des Tages komplett fertig, aber die Resonanz, die ich von euch dann bekomme, sagt mir, das ist der Aufwand definitiv wert. Und wir haben ja schon den 6. Dezember. Das bedeutet, wir haben noch genau 18 Tage Zeit. Und diese 18 Tage werden wir auch rumbekommen. Und ich habe auch schon genügend Discount Magazine vorbereitet, dass wir da uns endlich reinklicken können. Zurück zu dem Discount Magazine. Die Digital Talk Ausgabe 4 hat natürlich auch Spiele am Deso. Und diese Spiele werde ich euch jetzt präsentieren. Zogon, bei Gandalf Kiefer, bei Public Domain. Einige von euch erinnern sich sicherlich an das kommerzielle Game Scramble, Zogon. Zogon, bei Gandalf Kiefer, bei Public Domain. Einige von euch erinnern sich sicherlich noch an das kommerzielle Game Scramble. Zogon ist, so der Autor, eine Scramble-Klon. Allererste Güte. Mach dich mit dem Hubschrauber auf in feindliches Gebiet. Ase nicht mit dem Sprit. Denn dein Tank ist nur klein. Und die Möglichkeit, durch das Abschießen von Tanklagern, den Vorrat aufzufüllen, ist, so scheint es, immer dann nicht gegeben, wenn der Tank gerade leer ist. Damit du bei deiner Mission nicht einschläfst, hat der gute Gandalf das Gelände mit Raketen und unwegsamen Höhlen bestückt. Und netterweise auch nur ein einziges kleines Hubschrauber-Pilotenleben gespendiert. Hier sind die Trainerkünstler gefragt. Ein gewisses Drohspflaster ist die sagenhafte Musik, die man sich zumindest zu Anfang, nämlich nach jedem Abschluss recht oft anhören darf. Das Besondere an Zogon aber ist die Kürze des Programms. So lässt es sich problemlos auf jeder Spray-Disc installieren. Zu guter Letzt noch ein Tipp, wie man da auf der Highscore-Liste ein kleines Stück weiter nach oben kommt. Raketen, die kleinen lila Teile, die einen Vibrator so verdammt ähnlich sehen, sollte man zuerst abschießen, nachdem sie in der Luft sind. Sie bringen dann eine deutlich höhere Punktzahl. Gruß aus Bremen vom Commander Bond, ISW. Das Spiel findest du auf der Rückseite dieser Diskette. Danke. So, dann. Gandalf Kiefer... Gandalf Kiefer präsentiert eine Modified Version of Scramble. I want... Ich hab's grad nicht lesen können. Okay. 50 Punkte. 10 Punkte, 100 Punkte. Okay. And I'm in the Nelly's. Also. Ah. Get ready. Get ready. Äh, Moment. Ja, das war Boden. Das war jetzt ne... Das war das Spiel. Sehr gerne. Und viel Spaß. Und nee, wir machen das nochmal. Das war zu kurz. Das war definitiv jetzt zu kurz. Das werden wir uns gleich nochmal reinziehen. Get ready. Okay, dann wollen wir grad mal gucken. Also das ist ja definitiv... Ich bin mal einen halben Schritt weitergekommen. Weiter. Get ready. Okay, was machen wir denn mal anders? Und zwar machen wir es so. Okay, wir müssen grad mal gucken. Ah, Alter. Fuck it. Hallo. Nee. Nee, nee. Noch mal. Nee, noch mal. Ja, mir ging ja glaub ich grad der Sprit. Das war alles andere als... Das war alles andere als optimal. Fuck. Ah, nee, Quatsch. Das ist Spritautomatisch aus. Okay, gut. Ich dachte, da wäre ich schon mal ein Spritverein gewesen. Ja, äh... Let's go. Also das ist ja irgendwie alles scheiße hier. Jungs. Okay, das ist alles ein bisschen blöd. Nein, ja, ein alter Leckenstrumpel. Jetzt aber das geht... Ich werde gleich hier grad ein bisschen aggressiv. Ah, Mann, alter. Ja, das war alles zu kurz. Wenn ich auch irgendwann mal in Sektor 2 komme. Komm, alter, ab marsch. So. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. ...Wiräte auch irgendwann mal in Sektor 2 komme, wäre ne nice Sache. Oh, Alter. Komm schon. Alter, Mann, hab ich nur auf diesem Konsole... Ja, gut. Also, das war Sagan. Danke fürs Zusehen. Wir gehen in das nächste Game rein. Rescue! Kurzanleitung. Rettet mit eurem Boot die im Fluss ertrinkende Menschen. Den Baumstimmen soll die ihr ausweichen. Joystick links rechts. Much fun! Ja? Das war die Anleitung. Wo war mein Türmein? Versteht nix. Na, hallo, das geht mir zu schnell. Hab ich das nicht lesen können. Okay. Also, wir sollen jetzt hier ertrinkende retten. Ist ja eigentlich noch machbar. Das ist ja eigentlich alles noch im grünen Bereich. Okay. Also, das kann man alles noch ein bisschen handeln. Noch hab ich null gemisst. Ich denke, der Zeitpunkt wird noch kommen, wo ich mal so ein oder zwei missen werde. Zum Beispiel jetzt. Ah, fuck it. Einen misset. Verdammt. Vielleicht muss ich ihn anders einsetzen. Keine Ahnung. Lieber Kinley, für den Fall, dass du das irgendwann mal siehst. Nice Spiel. Okay, das hätt ich wahrscheinlich nicht gepackt. Ich hab mich jetzt nicht getraut. Ist jetzt nur einen einzigen, ähm, verloren. Ist zwar scheiße, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Was, Game Over? Bist du Game Over? Hä? Ich hoffe, dass hier nicht was kauft ist. Was ist kauft? Da scheint irgendwas zu sein, was ich nicht sehe. Vielleicht gibt es hier einige Sprites, die nicht angezeigt werden. Kann das vielleicht sein? Weil kauft ist ja scheinbar etwas, wenn ich, ähm, irgendwo gegenfahre. Also irgendwo sind scheinbar ein paar Sprites, die ich nicht sehe. Kann aber auch, wie gesagt, muss es nicht an dem Programm hin selbst liegen. Das kann auch da dran liegen, dass ich, äh, wie gesagt, dem Grabber, dass der das nicht wiedergeben kann. Der muss jetzt, wie gesagt, nicht an diesem, an diesem Programm liegen. Wie! So, gucken wir mal. Schaut, dass man mit dem Kaff nicht zurückgeht. Wenn man jetzt einige von den, äh... Da auch wieder! Was hat mich jetzt da getroffen? Worum bin ich hier kaputt gegangen? Komm, eine Runde machen wir noch. Dann lassen wir es. So. Da auch Kaff! Wo, warum, wo, was hat mich jetzt schon wieder erwischt? Was hat mich da jetzt schon wieder erwischt? Weil ich raffe auch ehrlich gesagt nicht, wo, wo jetzt, wenn ihr an der Seite irgendwo Gegner wären, ähm, die mir jetzt, sag ich mal, auf das Boot schießen würden. Nur als Beispiel. Also, es müssen ja irgendwo Sprites sein, die zwar als Sprites angekennt worden sind, aber die mir nicht gezeigt werden. Anderser kann ich mir das nämlich nicht vorstellen. Da schon wieder! Weil irgendwo bin ich ja angeblich gegengefahren. Die Frage ist halt, wogegen? Oder ist das jetzt die Zeit? Aber der macht ja auch Nonsens. Wir haben noch keinen Miss-It, aber irgendwo haben wir da diesen Schaden herbekommen. Vielleicht kann es aber einfach da mal zusammenhängen, dass, dass irgendwie mein Grapper oder mein Monitor oder sonst irgendwas nicht die, ähm, Sprites abk... Game over. Wo bin ich jetzt gegengefahren? Wir sind aber Level 2 gewesen. Ja, das waren die Spiele. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie bei mir. Ähm, und ich würde mich jetzt glatt um den Kommentar gleich von lieben Sanken-Tragen-Sanken kümmern. Noch etwas in eigener Sache, und zwar sollte es mal zwischendrin kein Video kommen, was ich nicht hoffe, dann seid mir bitte nicht böse, habe ich es zeitlich nicht geschafft, dieses Video zu produzieren. Denn heute haben wir Sonntag, den 6. Dezember. Ich habe nächste Woche Mittagsschicht. Bedeutet, ich muss morgens um 10 anfangen und höre abends um 6 auf. Ich werde dann diese Videos, die wir jetzt jetzt hier machen, also diese Videos hier vor meinem Kamin, werde ich dann abends produzieren müssen und hoffe, dass ich dennoch genügend Material vorbereitet habe, weil ich sagen kann, morgens schneide ich das alles zusammen und kann euch das dann präsentieren. Sollte also während der nächsten Woche mal ein oder zwei Videos nicht kommen, bitte nicht böse sein, ich habe es natürlich aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Das ist hier eine ganze Menge Aufwand und diese Arbeit, das ist Wahnsinn. Also ich arbeite gewissermaßen 8 Stunden auf der Arbeit, davor bis ich zur Arbeit gehe, arbeite ich ungefähr 6 Stunden, wir haben uns gelogen, 4 Stunden vorher am Computer, und wenn ich nach Hause komme, bin ich nochmal ungefähr mit 2 bis 3 Stunden unterwegs, das heißt, ich habe fast einen 16 Stunden Tag, 15 bis 16 Stunden Tag, den ich hier mache und das jeden Tag bis Weihnachten und sollte ich irgendwann wirklich mal die Videoreihe unterbrechen oder sollten Videos ausfallen, und dann bitte ich um Entschuldigung, dann habe ich es zeitlich nicht geschafft, aber ich bin wirklich am Ende. Apropos am Ende, das haben wir hier vom lieben Sankt und Dragensand wieder am 4. Dezember einen Kommentar erhalten. Apropos am 4. Dezember einen Kommentar erhalten, das ist ein sehr tolles Video, die Musik von der Game On ist wirklich ein teuer Ursprung. Ja, die sind wirklich klasse, die Musik, die haben mir auch sehr gefallen. Habe die auch damals total gerne gehört und es war immer was ganz Besonderes, weil es Donnerstag abends gewesen ist und ich wusste am nächsten Tag, das ist die neue Magic Tests oder Game On im Handeln zu kaufen und ich gleich früh morgens dann zum Kiosk hin bin und da war ich hinterher für niemanden mehr erreichbar. Ja, eigentlich war die Musik und die Spiele dieser Game On und der Magic Tests waren eigentlich der treibende Grund, warum ich diesen, das könnte man ganz so nicht gerne geguckt habe und auch heute noch gerne gucke. Genauso wie bei der Digital Talk oder bei der Tiger Tests. Wegen der Pool of Radiance-Codescheibe kannst du ja einfach mal googeln, habe ich auch schon gemacht. Ich habe sogar schon eine selber zusammengebaut, da fliegelt man ja jede Menge, aber scheinbar sind meine Disketten, die waren so die neuesten. Ich hatte damals Pool of Radiance genau mit Kangarooie und anderen Disketten bekommen, also mit so zwei, drei Tapes. Problem an der ganzen Sache, schon Kangarooie hat nicht richtig funktioniert. Und Bruder Freddy jetzt, leider Gottes, hat auch nicht richtig funktioniert. Weil ich spiele Skylark, das schnelle Spiel, scheint bei dir irgendwie back gewesen zu sein. Ja, ab und zu mal keine Felder da gewesen, dann habe ich am Schluss nur ein durchgehendes Feld. Ich habe aber gesehen, aus der Liste des Chat-Inhaltes, das ist ungefähr elf Level, glaube ich, sagen wollten. Und bin bei Level 4 schon gescheitert. Eigentlich bergelt der Bildschirm, nee, schwarz und da nichts mehr kommt. Später sah man dann aber auch bei dem Grafik-Kuddel-Buddel-Klitschs, hast du das vielleicht mit einem Schnellladder gestartetes Spiel? Müsste ich jetzt lügen, ich glaube, nein. Haben wir übrigens damals durchgespielt, war mal wieder eine tolle Folge. Danke für eure positive Resonanz am zweiten Advent. Wir nähern uns immer mehr während Weihnachten. Es sind noch zwei Wochen, bis der Fitterend vorbei ist, da sind 14 Tage. Und dann haben wir noch vier Tage bis Heiligabend. An Heiligabend werde ich arbeiten müssen, das heißt, die Folge versuche ich schon am 23. zu produzieren. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert und drückt mir die Daumen, dass ich es während der Mittagsschicht schaffe, euch weiterhin Videos kredenzen zu können. Sollte wirklich, wie gesagt, keine Videos kommen, bitte, bitte verurteilt mich nicht dafür und sagt, boah, Alter, der hat damit aufgehört. Es hat halt nur vom Zeitlichen her nicht mehr hingehauen. Ich versuche natürlich euch auch weiterhin Videos zu präsentieren. Dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder am Montag, dem 7. Dezember, wenn alles klappt. Bis dann, euer Patrick Partou.